Fahrwasser bezeichnet den Bereich in einem Fluss und im Meer vor der Küste, der die für Schiffe erforderliche Wassertiefe aufweist. Begriff im deutschen Schifffahrtsrecht Als Fahrwasser werden entsprechend der Seeschifffahrtsstraßenordnung und der Binnenschifffahrtsstraßenordnung die Teile der Wasserflächen bezeichnet, die durch Lateralzeichen begrenzt oder gekennzeichnet sind oder, soweit dies nicht der Fall ist, die den örtlichen Umständen nach für die durchgehende Schifffahrt bestimmt sind bzw. vom durchgehenden Schiffsverkehr benutzt werden. Punkt. Neben den O.G. Verordnungen Seestroh und Binnstroh kann es lokale Vorschriften geben, in denen bestimmte Wasserflächen zu Fahrwassern erklärt werden. Merkmale eines Fahrwassers sind also die Zweckbestimmung und eine entsprechende Kennzeichnung durch Seezeichen. Die internationalen Kollisionsverhütungsregeln enthalten Regelungen für enge Fahrwasser, ohne aber genau zu bestimmen, was enge Fahrwasser sind. Unter Fahrrinne versteht man demgegenüber den Bereich eines Fahrwassers, für den nach Möglichkeit bestimmte Wassertiefen und Breiten vorgehalten werden. Kein Fahrwasser im Sinne der Seestroh sind Verkehrstrennungsgebiete. Einordnung der Fahrwasser Entscheidend für die Fragen, wie ein Fahrwasser durch Seezeichen bezeichnet wird und welche Regeln darauf gelten, ist die verkehrsrechtliche Zuordnung der Schifffahrtsstraße, zu der das Fahrwasser gehört. Seeschifffahrtsstraße Es gilt die Seeschifffahrtsstraßenordnung, für Mündungsbereich der Ems auf der Leder sowie im Schutz- und Sicherheitshafen Borkum gilt die Schifffahrtsordnung Ems-Mündung, die praktisch inhaltsgleich mit der Seestroh ist. Binnenschifffahrtsstraße Es gilt die Binnenschifffahrtsstraßenordnung, auf Rhein, Mosel, Donau und Bodensee sowie in einigen Häfen gelten eigene Schifffahrtsordnungen bzw. Hafenordnungen. Punkt. Demgegenüber werden Fragen BZGL Unterhaltung aus und Neubau geregelt durch die wegerechtliche Zuordnung der Wasserstraße, zu der das Fahrwasser gehört. Die im Eigentum des Bundes befindlichen Bundeswasserstraßen gliedern sich in Seewasserstraßen und Binnenwasserstraßen. Punkt. Bezeichnung der Fahrwasser Entsprechend der O.G. Legaldefinitionen werden Fahrwasser grundsätzlich durch Seezeichen nach dem Lateralsystem gekennzeichnet. Solche Seezeichen können zum Beispiel als Tonnen, Baken, Stange oder Präker ausgeführt sein. Kennzeichen des Lateralsystems ist, dass zwischen der Steuerbordseite und der Backbordseite des Fahrwassers unterschieden wird. Weitere Details ergeben sich aus dem Verkehrsrecht. Für Seeschifffahrtsstraßen gilt das Lateralsystem der International Association of Lighthouse Authorities. Regional. Entsprechend diesem System gibt es eine Richtung der Betonung. Hierbei gilt die Regel, dass von See kommen, die Steuerbordseite des Fahrwassers rechts, die Backbordseite des Fahrwassers links liegt. Verbindet ein Fahrwasser zwei Meeresteile, so gilt diejenige Seite als Steuerbordseite des Fahrwassers. Die Steuerbordquerab von den Schiffen liegt, die von westlicher Richtung über west bis süd in dieses Fahrwasser fahren. Erste das Fahrwasser aber stark gekrümmt, sodass die Einfahrt jeweils aus westlicher Richtung erfolgen kann. So zählt die weiter nördlich liegende Einfahrt als die maßgebliche. Im IALA-System ist die Backbordseite rot, die Steuerbordseite grün bezeichnet. Auf Binnenschifffahrtsstraßen gilt hingegen als Bezugsrichtung meist die Fließrichtung des Binnengewässers, also von der Quelle zur Mündung. Wobei die Farben zur Ordnung umgekehrt ist, die rechte Fahrwasserseite ist also auf der Steuerbordseite eines zur Mündung fahrenden Schiffes. Durch diese Umkehrung von Richtung und Farbe gibt es an der Schnittstelle zwischen Binnstroh und Seestroh keinen Seitenwechsel der Farben. Hingegen kann an Punkten, wo Fahrwasser voneinander abzweigenden bzw. ineinander einmünden, die Steuerbordseite des einen Fahrwassers gleichzeitig die Backbordseite des anderen Fahrwassers sein. Hier kann also ein Seitenwechsel der Farben stattfinden. Für solche Punkte gibt es spezielle Lateraltonnen. Unterscheidung der Lateralbezeichnung von anderen Seitenbezeichnungen Die oben dargestellte Lateralbezeichnung der Fahrwasser muss begrifflich klar getrennt werden von der relativen Seitenbezeichnung auf. Wasserfahrzeugen Die in Fahrtrichtung gesehen rechte Seite des Fahrzeugs bezeichnet man als Steuerbord, die linke als Backbord. Beispiele Ein Fahrzeug im Bereich der Seestroh, das auslaufend fährt, hat die Backbordseite des Fahrwassers an seiner Steuerbordseite. Ein Fahrzeug im Bereich der Binnenstroh, das entgegen der Fließrichtung fährt, hat die linke Seite des Fahrwassers an seiner Steuerbordseite. Punkt. Ebenfalls begrifflich zu trennen ist die Richtung der Betonung eines Fahrwassers von der auf die Fließrichtung bezogenen Bezeichnung der rechten, linken Flussseite. Während im Bereich der Binnenstroh die orographische mit der Betonungsrichtung meist gleichläufig ist, ist dies im Bereich der Seestroh oft umgekehrt. Fahrregeln in Fahrwassern Hier sollen nur einige spezifisch fahrwasserbezogene Regelungen genannt werden. Grundsätzlich gelten die Kollisionsverhütungsregeln und vorrangig die Seeschifffahrtsstraßenordnung. Details siehe jeweiliger Text. KVR Regel 9 Enge Fahrwasser Hier unter anderem Rechtsfahrgebot Gebot der Nichtbehinderung der durchgehenden Schifffahrt Überholen Seestro 22 Ausnahmen vom Rechtsfahrgebot Seestro 23 Überholen 24 Begegnen Seestro 25 Vorfahrt der Schifffahrt im Fahrwasser Seestro 32 Ankern Fahrregeln in Fahrwassern Unterhaltung Aus- und Neubau von Fahrwassern Grundsätzlich ist der Eigentümer der Wasserstraße oder, wenn davon abweichend, derjenige, dessen Verwaltung die Wasserstraße untersteht, für die Unterhaltung zuständig. Zu diesen Aufgaben zählt zum Beispiel die laufende Überwachung des Zustandes der Wasserstraße, die Information der Schifffahrt über den Zustand und die Warnung vor Gefahren, die Erhaltung der Wasserstraße in einem für die Schifffahrt erforderlichen Zustand einschließlich, des Erhaltens der fahrenden Tiefe und Breite durch Baggern sowie das Setzen und Betreiben von Seezeichen. Punkt. Die Mehrzahl der schiffbaren Wasserstraßen in Deutschland gehört zu den im Eigentum des Bundes befindlichen und durch eigene Behörden verwalteten Bundeswasserstraßen, für deren Unterhaltung sind die Wasser- und Schifffahrtsämter verantwortlich. Daneben gibt es vereinzelt Bundeswasserstraßen, deren Verwaltung delegiert wurde, sowie Landesgewässer, die durch den jeweiligen Eigentümer bzw. Verwaltungsträger nach Landesrecht unterhalten werden. pesosstraßen endum November Spring иной Mitte June Matter ają fortune Roger 雨 노래 ух iro быстр